So, die MiG-185R von iPoTools. Ein wirklich sehr schönes MiG-Maxx-Schweißgerät. Und jetzt kommt eine erweiterte Version von dem Gerät. Ich habe mit dem Gerät Fülldraht geschweißt, ich habe Stahl geschweißt, Edelstahl, Aluminium. Alles habe ich mit dem Gerät geschweißt, hat alles wirklich super funktioniert. Und jetzt kommt auch zu dem Gerät eine Synergie-Version, die MiG-185 Sync. Und zwar, das Gerät bietet alles, was das Gerät kann und noch mehr. Wir haben hier zusätzlich halt die MiG-Auto-Funktion, das heißt eine synergetische MiG-Maxx-Schweiß-Funktion. Das heißt, da brauche ich gar nichts mehr einstellen. Ich brauche nur die Ampere-Zahl wählen, den Rest stellt das Gerät alles völlig automatisch ein. Das ist der Zusatz und ich habe hier eine Lift-Wig-Funktion, die habe ich auch noch zusätzlich. Und habe noch einige andere schöne Features. Wir gucken uns gleich mal die ganzen Einstellungen ein. Und ich bin da ja ein ganz großer Fan von, gerade für Anfänger, für Leute, die sich nicht so viel mit der Schweißtechnik auseinandersetzen wollen. Man stellt einfach hier die Ampere-Zahl ein und wählt hier einfach den Prozess, wählt hier die Drahtstärke und man kann loslegen. Eine ganz einfache Geschichte. Und ich denke, wenn das gut funktioniert und da das Gerät ja auch schon super schweißt und manuell kann man das Gerät natürlich auch immer noch einstellen, genau wie man das Gerät einstellen konnte, dann denke ich, ist das doch eine sehr schöne Sache. Wir gehen ganz kurz auf den Lieferumfang ein. Interessiert ja auch immer viele. Wir haben hier ein ganz normales MB-15-Schlauchpaket dabei. Wir haben hier, 3 Meter ist das übrigens, wir haben hier 2,5 Meter Massekabel, habe ich hier alles schon mal angeschlossen, gerüstet. Ich habe das Gerät mit 0,8 Millimeter Draht gerüstet, SG-2-Draht. Ich will heute erstmal nur Stahl schweißen. Ich habe hier ein E-Handkabel dabei, 2,5 Meter, Dinsedorn, 9er Dinsedorn, haben wir verbaut. Wir haben hier eine schöne Bedienungsanleitung, da hat sich iPod 2 jetzt wirklich sehr gesteigert. Früher die alten NTF-Geräte, da waren die Bedienungsanleitungen noch relativ dürftig, da haben sie sich wirklich Mühe gegeben und sich stark gesteigert, muss man mal fairerweise sagen. Dann habe ich hier dieses wunderschöne Gerät, gefällt mir wirklich gut, ist vom Gewicht her ungefähr auch gleich geblieben, also muss so um die 10 Kilo sein. Und ich habe hier schon mal, wie gesagt, so eine 5 Kilo Rolle gerüstet. Man kann hier eine 1 Kilo Rolle rüsten, man kann eine 5 Kilo Rolle rüsten. Ich habe hier eine 2-Rollen-Draht-Vorschub-Einheit, reicht vollkommen für die Schlauchpaketlänge und für so eine Rolle 5 Meter, 5 Kilo Rolle oder 1 Kilo Rolle. Erst bei einer 15 Kilo Rolle, beziehungsweise bei einem richtig langen Schlauchpaket, sollte man dann wirklich sagen, ich brauche unbedingt einen 4-Rollen-Draht-Vorschub. Und da oben haben wir einmal Minus, einmal Plus. Wir können das Gerät also hier innen umpolen, einfach so eine Rändermutter abschrauben, umpolen. Und ja, wie gesagt, das ist so der erste Eindruck von dem Gerät. Qualitativ hat das Gerät schon einen sehr guten Eindruck gemacht und das, sage ich mal, ist rein optisch vom Gehäuse und so her nahezu baugleich. Macht auch wirklich einen sehr guten Eindruck. Alles, was man sich hier so anfasst, die Knöpfe hier von wegen, das ganze Display, der Drehregler hier, das fühlt sich alles wirklich sehr wertig an. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wie es diesen Mic-Auto-Prozess, also diesen Synergie-Prozess, wo sich das Gerät selbst einstellt und man nur noch die Ampere-Zahl wählt, wie gut das Gerät das auf die Straße bringt und das wollen wir natürlich gleich mal ausprobieren. Aber ich werde erst mal dazu übergehen, dass ich das Gerät gleich mal einschalte und wir gucken uns gleich mal so den Display an, wir gucken uns die Funktionen an. Und danach habe ich mir hier schon mal ein Testblech hingelegt und dann natürlich hier noch ein paar Bleche, dann werde ich da mal schön mitschweißen. Dann möchte ich eine Kehlnaht schweißen und eine schöne Stumpfnaht schweißen. Gut. Dann wollen wir das Gerät mal anschalten, mal gucken, wie laut der Lüfter ist, was uns erwartet. Und ich sage mal, das ist auch ein angenehmer Lüfter. Wie gesagt, das Gerät muss die Wärme abführen, dafür braucht es einen kräftigen Lüfter, gerade bei der Einschaltdauer. Das Gerät hat 185 Ampere und bei 185 Ampere hat es laut Angabe des Herstellers, ich habe es nicht überprüft, 60% Einschaltdauer. Das bedeutet von wegen, man könnte mit dem Gerät von 10 Minuten, könnte man 6 Minuten schweißen bei den 185 Ampere. Bei 132 Ampere hat es schon 100% Einschaltdauer, das heißt, da kann ich kontinuierlich die kompletten 10 Minuten durchbraten. Ja, und ich denke mal, das sind dann auch schon gute Werte, da braucht man natürlich einen vernünftigen Lüfter. Ich finde aber trotzdem immer noch, der Lüfter hört sich wirklich angenehm an. So, wir gehen mal die Einstellungen durch. Wie gesagt, wir haben hier einen Drehregler. Das ist dieser ganz normale MIG-Auto-Prozess. Ich wähle hier die Amperezahl, also 185. Dann rechnet er kurz und hat sich dann komplett selbst eingestellt, Drahtvorschub, alles andere, komplett eingestellt. Das ist der MIG-Auto-Prozess. Ich kann in diesem Auto-Prozess noch wählen, mit welchem Schutzgas ich arbeiten will. Argon- oder CO2, also ein Argon-Gemisch oder ein CO2. Und kann das dann hier, dann ändert sich auch gleich die Spannung, sieht man schön. Ja, also das ist auch eine Variante, wenn man mit reinen CO2 arbeitet, dann braucht man ganz andere Einstellungen. Darum, wenn man mit verschiedenen Gas-Gemischen arbeitet, braucht man auch immer deutlich andere Einstellungen. Auch interessant. Wie gesagt, wähle ich das Gemisch aus, was ja auch so eigentlich die Vorgabe ist heutzutage, und dann kann man damit losschweißen. Ich kann dann hier Zweitakt oder Viertakt auswählen. Zweitakt ist, solange ich gedrückt halte, schweißt er. Viertakt ist, einmal drücken, loslassen, er schweißt. Ich kann dann ganz ruhig, entspannt schweißen. Und wenn ich aufhören will, drücke ich wieder drauf und lasse los und der Prozess hört auf. So. Dann habe ich hier einen Drahtvorschub-Knopf. Funktioniert auch wirklich sehr gut. Ich drücke mal drauf. Man sieht hier, der Drahtvorschub wird dann immer schneller, fängt ganz langsam an. Man muss auch sagen, läuft wirklich sehr gut. So. Ich gehe hier mal kurz zurück. Ich will das hier nicht abschneiden und verschwenden. Dann habe ich hier, dass ich den Drahtdurchmesser wähle, 0,6, 0,8, 1 mm. Das ist auch für den MIG-Auto-Prozess. Fülldraht ohne Gras kann ich in diesem Auto-Prozess nichts schweißen. Ich weiß jetzt nicht, ob er Edelstahl und Aluminium in dieser Variante schweißt. Das gibt die Bedienungsanleitung nicht hundertprozentig her. Das muss ich dann die nächsten Wochen mal überprüfen. Auf jeden Fall kann er Stahl in diesem Prozess richtig gut schweißen. Und das werden wir uns auch gleich angucken. Ich kann dann hier, wie gesagt, die Amperezahl und ich habe noch die Möglichkeit, über die Spannung den Lichtbogen einzustellen. Entweder massiv zu fokussieren. Oder halt richtig schön breit machen. 10 wäre immer extrem übertrieben. Man sieht hier die Spannung. Die Voltzahl hat sich auch geändert. Ich stelle mal wieder zurück. 19,7. Also 10 wäre übertrieben. Aber 3 oder 4, dann bekommt man einen richtig schön weicheren, breiteren Lichtbogen. Und der zweite Punkt, was man hier wirklich einstellen kann, ist die Induktion. Womit man den Lichtbogen auch nochmal beeinflussen kann. Das sind zwei Einstellungsmöglichkeiten. Damit, denke ich mal, kann man den Prozess richtig, richtig schön regulieren. Und im Großen und Ganzen hat man da, wenn ich jetzt anfange mit Magschweißen, ich rüste den 0,8er Draht, wähle ich den hier aus. Ich habe hier meinen Mag-Prozess. Ich stelle mir die Stromstärke ein. Ich habe hier oben das richtige Gas ausgewählt. Und dann kann ich schon loslegen mit Schweißen. Also einfacher geht es eigentlich nicht. Zwei Takt, vier Takt. Und wie gesagt, als nächstes habe ich dann hier... Ups, nimmt mir den falschen Knopf. ...habe ich dann hier halt den MIG-Prozess. Da habe ich die gleichen Prozesse wie bei der MIG 185R. Das heißt, ich kann die Amperezahl einstellen, ich kann die Spannung einstellen und kann darüber dann alles hier regulieren. Nee, ich kann die Drahtvorschubgeschwindigkeit und die Spannung einstellen und die Amperezahl reguliert sich dann von alleine. So rum ist es richtig, genau. Und kann damit halt auch alles schweißen. Und alles, was dieser Synergie-Prozess nicht mehr ergibt oder wenn ich es individuell haben will, kann ich das dann alles hier mitmachen. Obwohl ich natürlich auch immer mit diesen beiden Komponenten hier den Schweißprozess so beeinflussen kann, dass ich das theoretisch gar nicht brauche. Aber ich habe es hier drin halt. Ich kann hier halt MIG manuell schweißen. Ich habe hier eine Elektrodenschweißfunktion. Spannung reguliert sich jetzt und dann kann ich hier ganz normal elektrode schweißen. Kann hier einfach einstellen und gut, es hat zusätzlich dann hier noch Funktionen. Kann Hotstarch einstellen. Kann Anti-Stick einstellen. Ich glaube, Hotstarch, Anti-Stick und das andere soll eine Version von Arc Force sein. Kann man auch noch anstellen. Habe ich noch nicht überprüft. Aber wie gesagt, das Gerät hat das. Und dann habe ich eine ganz einfache Lift-Arc-Funktion. Dafür ist kein Schlauchpaket dabei. Das müsste ich mir zusätzlich besorgen. Und mit dem Schlauchpaket kann ich dann halt mit so einem ganz einfachen Lift-Arc-Schlauchpaket kann ich dann halt hier auch mit WIG schweißen mit dem Gerät. Unterschied zwischen MMA und dieser Lift-Arc-Funktion. Es ist ja im Prinzip das Gleiche. Nur beim Zünden ist das ein Unterschied. Das heißt, wenn ich mit diesem WIG-Schlauchpaket zünde, dann soll die Stromstärke geringer sein, damit sie mir die Wolframnadel nicht kaputt macht. Und beim Hotstart möchte ich beim Zünden mit der Elektrode immer wirklich ein bisschen mehr Energie haben in dem Moment. Damit die Elektrode wirklich leichter zündet. Also ungefähr genau das Gegenteil. Wie das die Geräte in der Praxis umsetzen, muss man dann natürlich immer gucken. Ich habe es auch noch bei keinem Gerät gemessen. Die MMA, also das Elektronenschweißen, da habe ich diese Hotstart-Funktion schon mehrmals ausgemessen. Kann man sehen, dass die Geräte da deutliche Unterschiede machen. Und dementsprechend zünden die Geräte auch viel, viel besser. So, aber wir gehen hier in diesen WIG-Prozess wieder. Ich nehme erst mal so ungefähr 140 Ampere oder 130 reicht auch. Ich habe hier 5 mm Blech. Und da kann ich dann einfach mal mit starten. Wichtig, das richtige Gas ausgewählt. Zweitakt reicht vollkommen für mich, weil ich ja nur kleine Nähte schweiße. Und damit kann ich jetzt starten, mal so diese kleinen ersten Schweißversuche zu unternehmen. Gehe mal wieder ein bisschen raus. Ich sage mal so, auf den ersten Eindruck, macht das Gerät wirklich einen sehr schönen Eindruck. Genauso wie der Kumpel da drüben, der hatte mich ja auch schon schwer begeistert und auch viele von euch sehr begeistert, ist das Gerät auch sehr interessant. Was mir jetzt aufgefallen ist bei dem Schlauchpaket, das Schlauchpaket von der MIG 185R. Das hatte hier noch so eine schöne Feder. Das mag ich eigentlich deutlich lieber als so. Und ich finde hier diese Kabel sind zwar schön, 9er Dorn, 16er Quadrat, aber die Kabel fühlen sich natürlich sehr leicht an. Man muss dazu wissen, heute kriegt man wenig reine Kupferkabel. Und man merkt schon am Gewicht, wenn man regelmäßig sowas in der Hand hat, wie groß der Kupferanteil da nur sein kann. Und das finde ich hier fühlt sich doch relativ leicht an. Das ist das Einzige, was mir bis jetzt so negativ oder, ja negativ, solange es funktioniert, ist es okay. Aber ich sage mal, was mir so auffällt, was nicht ganz ideal ist, das wäre so die Aussage. Ansonsten hier, ne, zweieinhalb Meter, eine schöne Masseklemme dran, von wegen, das passt schon. Diese NTF-Geräte, diese jetzt iPo-Tools, vorher wurden sie unter dem Label NTF verkauft, jetzt unter iPo-Tools. iPo-Tools Schweißtechnik, die sind wirklich von der Qualität her immer sehr gut. Und ich sage mal so, ich hatte ja mit der SuperTIC 200 und mit dem MIG 250 mal angefangen. Das waren Top-Geräte und was ich da sonst noch so hatte, die TIC 200. Neulich hatte ich die TIC 200 mit Plasmaschneider, funktionierte auch wirklich sehr gut. Also das sind qualitativ sehr gute Geräte, die mir auch wirklich immer sehr gut gefallen. Und wenn ich das sehe, das ist ein sehr aufgeräumter Display. Man kann das alles wirklich sehr einfach einstellen. Man braucht hier nicht irgendwo eine lange Bedienungsanleitung lesen und sich irgendwo komplex reindenken. Und das Wichtigste ist halt von wegen, dass man diese MIG-Auto-Funktion hat, dass man einfach Ampere aufdreht. Das kann wirklich jeder. Und wenn es zu doll aufschmilzt, drehe ich ein bisschen weniger ein oder drehe ich ein bisschen runter. Genau so ist es richtig. Und wenn ich halt nicht genug aufschmilze, dann kann ich ein bisschen mehr Ampere geben. Gleichzeitig kann ich dann hiermit mit diesem ARL-Wert und mit der Induktion ein bisschen mit dem Lichtbogen spielen. ARL nehme ich meistens, wenn ich eine Wurzel schweiße, gehe ich mit dem ARL-Wert minus 3, minus 4, um wirklich einen richtig fokussierten Lichtbogen beim Schweißen zu haben. Und wenn ich dann hinterher eine Decklage schweiße, dann gehe ich mit diesem ARL-Wert auf 3 oder 4 hoch. Und das ist dann meistens schon sehr stimmig und funktioniert wirklich sehr gut. So, ich werde jetzt die MIG-185 wieder in ihren Platz räumen. Und dann nehme ich mir ein paar Bleche. Das brauche ich hier alles heute nicht. Nehme ich mir ein paar Bleche und dann werde ich da erstmal mit schön schweißen. Mal gucken, wie das Gerät so diese ganzen Einstellungen auf die Straße bringt. So, jetzt mache ich meine erste kleine Schweißversuche mit dem Gerät. Ich schalte mal, ich nehme mal 150, also richtig Dampf. Und dann habe ich hier einfach mal ein Restblech. Also habe ich auf der anderen Seite schon irgendein anderes Gerät ausprobiert. Und da versuche ich mal meine ersten kleinen Nähte, einfach um so ein bisschen das Gefühl für das Gerät zu kriegen. Ich mache jetzt schon mal 100, also ganz viel Horslia. Ich mache mich jetzt hier nicht für das Gerät. Ich zeige, ich gebe es dir. Ich mache weiter, ich mache, ich mache es dir. Ich mache es dir. Ich mache es dir. Ich mache es dir. Und dann habe ich dir. Ich sage mal, es ist gleich auf Anhieb eine schnucklige Naht. Ich hatte eben noch ein bisschen rumgespielt, diesen ARL-Wert. Also die Spannung ein bisschen ins Minus. Gehe ich jetzt mal ein bisschen mit ins Plus. Dann sieht man gleich, eben war ich drei Minus. Das ist halt viel zu fokussiert. Das ist um eine Wurzel zu schweißen. Jetzt habe ich drei Plus. Gleiche Einstellung. Einmal fokussiert, einmal breit. Jetzt gehe ich nur mal in den ganz normalen ARL-Wert. Also auf Null, so wie das Gerät eigentlich eingestellt wäre. Ich denke mal, es sind beides hier gute Ergebnisse. Vor allen Dingen keine Spritzer, kein gar nichts. Gehe da mal ein bisschen näher ran in die ganze Sache. So. Ja, das ist genau so ein gutes Ergebnis. Das ist halt das Schöne an so einem Synergiegerät, wenn das gut funktioniert. Man sieht ja, ich habe hier Prozesse ohne jegliche Spritzer. Ich habe hier nichts dran. Nichts. Ist wirklich nichts. Und ich habe hier einen Prozess, sage ich mal. Ich stelle die Amperezahl ein und das Gerät schweißt. Das finde ich immer so interessant an sowas. Das ist nicht nur was für den Anfänger. Das ist auch was für jeden, der irgendwo mit so einem Gerät arbeitet. Und sich nicht immer so viel mit den Einstellungen tagelang beschäftigen will. Und erst Übungsbleche und fünfmal das und fünfmal dies und sowas. Also es geht einfach auf Anhieb. Und man hört jetzt nicht nur hier in dem Raum das Schweißgerät. Man hört auch meine Absaugung. Weil beim Maxschweißen an sich ist es nicht so wie das Fülldraht ohne Gas beim Schweißen oder Elektrode. Aber trotzdem beim Maxschweißen muss man auch absaugen. Und dementsprechend habe ich hier halt auch immer meine Absaugung. Und die macht halt zusätzlich Lärm. Ich schweißen wir mal eine Naht mit 185 Ampere und dann gehen wir an unsere Bleche ran. Also halt ein bisschen breiter dann in dem Pfeil und baut ein bisschen stärker auf. Aber ansonsten alles top. So. Jetzt habe ich mir hier schön Bleche vorbereitet. Ich habe hier schön, sieht man das, eine Faser angeschliffen. Das ist Flachmaterial, fünf Millimeter. Und ich will mal versuchen mit dem Gerät eine richtig schöne Wurzel zu schweißen. So. Ich werde die noch einmal nachschleifen. Der Öffnungswinkel gefällt mir noch nicht so hundertprozentig. Ich habe das hier auch alles sauber gemacht. Wenn man eine halbwegs vernünftige Wurzel hinbekommen will, dann ist natürlich die Vorbereitung immer eine sehr wichtige Sache. Dementsprechend hier eine Phase so zwischen 30 und 45 Grad. Meistens 30 Grad. Ein Millimeter steht hier unten. Dann einen Luftspalt. Ich hefte die dann einfach gleich. Erstmal muss ich die Phase nochmal leicht nachschleifen. Das ist mir nicht ganz gut gelungen. Ich hefte die dann gleich mit einem Luftspalt von circa zwei bis zweieinhalb Millimeter. In einer leichten V-Form. Dann fange ich hier an zu schweißen. Und hier ist der Luftspalt nochmal ein bisschen größer, weil er beim Schweißen ein bisschen zusammenzieht. Sonst würde ich da nicht mehr durchkommen. Und dann versuche ich einfach mal mit einer Einstellung von 120 Ampere versuche ich dann da mal vernünftig durchzuschweißen. Gut. Das Ganze hefte ich mir jetzt von der Rückseite. Das hat den Vorteil, dass ich einen besseren Start- und Endpunkt habe. Ich habe hier unten, wie gesagt, ein bisschen mehr Luft. Ich habe hier unten, wie gesagt, ein bisschen mehr Luftspalt. Jetzt habe ich hier eine richtig schnucklige Nahtvorbereitung. Ich fange hier an, schweiße dann hier durch. Hier habe ich fast ein bisschen zu viel Luft gemacht. Hier unten ist gut, hier oben wird es ein bisschen zu viel. Die Heftstellen, die kann ich hier nochmal mit der Flex ein bisschen ankratzen. Und dann habe ich hier einen sauberen Einstieg. Aber ich werde sie gar nicht ankratzen, sonst zieht das hier wieder noch mehr zusammen. Ich schweiße jetzt hier einfach einmal über. Normal am besten wäre es, sich hier richtig schönen Übergang zu schaffen. Normal kann ich da einmal reingehen. So hat man jetzt eine richtig schöne Vorbereitung. Jetzt kann man hier anfangen und schweißen. Mal gucken. Ich habe jetzt mit dem Gerät auch noch nie eine Wurzel geschweißt. Ich habe hier, wie gesagt, vier kleine Nähte mit dem Gerät geschweißt. Das ist dann natürlich immer was anderes, als wenn man da schon irgendwo zehn Jahre mitarbeitet und tausendmal irgendwo eine Wurzel geschweißt hat und so weiter. Aber wie gesagt, ich versuche es einfach mal. Mal gucken, was dabei so rauskommt. So. Damit ihr nicht nur mein helles Licht seht, werde ich dazu eine schöne Verdunklung machen oder daraus eine Verdunklungsaufnahme machen. So. 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 Ich schlafe die Hälfte ab, damit ich die Hälfte schlafen. Ich schlafe die Hälfte ab und mache die Hälfte ab. Untertitelung des ZDF, 2020 Sollte die Hälfte, die in die Hälfte sind. Vielen Dank. Jetzt kommt die entscheidende Frage, wie sieht die Rückseite aus? Ja, ich denke mal die Naht hier, die sieht schon mal traumhaft aus. Da gibt es gar nichts. Gut. Ich denke mal, damit können wir leben. Können wir damit leben? Ich mache jetzt mal bewusst hier keinen Schnitt, auch wenn das eine Sekunde länger dauert. Das ist eine richtig schöne Wurzel, richtig, richtig schnieke geschweißt. Ich hatte hier diesen Anfangspunkt und den Endpunkt von wegen, habe ich bewusst von der anderen Seite gesetzt, damit ich schön rein starten kann, schön raus starten kann. Das hätte man noch ein bisschen besser beschleifen können, aber ich sage mal, sonst die Wurzel könnte ein bisschen weniger durch sein, aber total gleichmäßig durch, richtig schön. Und von der Technik her, wie man sowas schweißt, wie gesagt, A und O ist die Vorbereitung. Und dann, ich habe so ein ganz leichtes Links-Rechts, so ein ganz leichtes Links-Rechts, habe ein Schmelzbad und gehe dann halt immer von einer Flanke zur anderen leicht. Möglichst stark in der Wurzel drin. Ich weiß, es gibt auch viele, die schieben einfach nur, ich mag dieses Links-Rechts-Alternativ-Wurzel-Schweißen. Wenn man stärker durchkommen muss, ja, dann gibt es die Möglichkeit noch, dass man immer in so einem Halbkreis schweißt, immer so, nö, nö. Und dabei immer, ja, dann ist man immer auf der einen Flanke, schmilzt die ein bisschen zur Seite auf, geht wieder rum, schmilzt wieder so, dass man immer so in einem Halbkreis arbeitet. Das ist noch eine sehr bewährte Technik, aber wie gesagt, hier eine vernünftige Vorbereitung. Das ist jetzt auch wirklich kein Hexenwerk. Eine vernünftige Vorbereitung, ein schnickes Schweißgerät. Ich bin jetzt hier sogar nur bei 110 Ampere. Und minus 1 habe ich jetzt hier. Eigentlich wollte ich minus 3 einstellen, war ich jetzt schon wieder zu aufgeregt. Aber wie gesagt, geschnurrt wie ein Kätzchen. Viertakt ist natürlich deutlich einfacher, wenn man Viertakt sowas schweißt, weil man einfach loslassen kann und schweißen kann. Ja, und das hat natürlich einen Riesenvorteil, dass man dann einfach schweißt und diesen Taster hier zu drücken ist kein Problem. Aber irgendwie verkrampft sich bei mir die Hand. Und wenn ich das dann so einfach habe, dann habe ich noch den Finger hier und dann ist die Hand ganz locker und pendelt ganz locker, so einer ganz leichten, pendelnden Bewegung von der linken zur rechten Flanke, um die Flanken auch immer richtig aufzuschmelzen. Und dann bekommt man eine kleine, traumhafte, schöne Wurzel. Ja, könnte ein bisschen weniger durch sein, aber das ist jammern auf extrem hohem Niveau. Das ist schon wirklich sehr, sehr schön. So, freue ich mich. Ich freue mich immer über schöne Schweißergebnisse. Jetzt werde ich das Ganze ein bisschen abkühlen lassen, ja. Muss natürlich auch bei Edelstahl oder so noch viel stärker, aber auch bei Stahl muss man auf eine gewisse Zwischenlagentemperatur achten. Und dann werde ich hier eine schöne Decklage drauf zaubern. Und eine Kehlnaht wollte ich eigentlich auch noch schweißen. Ich hatte hier auch noch so ein Dünnblech und so. Aber man kann da so viel mit machen, aber man sieht schon so auf Anhieb von wegen so hier die ersten Dinger. Und dann sowas hier, die Wurzel sah ja auch richtig schön aus, dass das Gerät wirklich sehr, sehr gut schweißen kann. Und das ist, wie gesagt, eine MIG-Auto-Einstellung. Das heißt, es ist einfach nur eingestellt und das Gerät schweißt. Es ist nichts irgendwo, dass man da stundenlang dann rumspielt, fünf Probebleche macht und so weiter. Es ist einfach nur eingestellt. Ich lasse das jetzt kurz abkühlen, dann mache ich eine Decklage. Wollen wir eine Kehlnaht auch noch machen? Eine kleine Kehlnaht können wir machen. In der Zeit kühlt das Ganze hier ab. So, jetzt schweiße ich hier eine schöne Kehlnaht. Ich hefte das Ganze. Ich habe mir das Blech natürlich ein bisschen sauber gemacht. Ich habe jetzt einfach 144 Ampere gewählt. und habe nicht, aber auch gar nichts an den Einstellungen geändert. So, jetzt kann ich hier mal richtig schön eine Kehlnaht schweißen. Ich schweiß mal bis zur Hälfte und die andere Hälfte mache ich dann verdunkelt, würde ich mal vorschauen. Ich denke mal, das ist auch ein Ergebnis, das ich sehen lassen kann. Das gefällt mir auch sehr gut. Tendenziell gehe ich mal auf 155 Ampere. So. 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 Am Ende des Tages ziemlich ein kleines Fazit. So. 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 diese Drahtvorschubrollen dazu dem Gerät. Hier ist eine 0,8er und 1 mm verbaut. Es gibt mittlerweile aber auch von iPod Tools, auch für die MiG 250 und so, gibt es auch Drahtvorschubrollen und Mast in allen Varianten. Wer jetzt hier 0,6er mit verschweißen will, der kann das auch mal testweise mit der mitgelieferten in der 0,8er Nut machen. Aber wenn man da längerfristig mitschweißt, dann sollte man sich immer die passende Drahtvorschubrolle kaufen. Die kostet wirklich nicht die Welt. So, ich quatsche heute viel zu viel. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn ihr noch irgendwas zu dem Gerät wissen wollt, wenn ich irgendwas Spezielles damit machen soll, dann schreibt mir einfach mal in die Kommentare. Ansonsten viel Spaß beim Schweißen. Euer Manni.